der scheiß wagen stehen kurz mal von exon denken jetzt quatschen sie auch nicht mehr kann ich eigentlich kino modus an eigentlich kinokamera hallo sap hop fertig ich bin schon ein bisschen bisschen traurig aber ist ein geiler charakter gewesen was ist denn warum reitet er nicht meine güte auch muss ich gedrückt halten wenn es vorgegeben ist brauchen wir uns nicht gut hatte gedrückt aber das hat mich auch nicht mehr gelobt gewusst dass er verräter ist na ja und wir wissen ja alle wie das verändert alle zumindest alle die den ersten teil auch gespielt haben wer den ersten teil nicht gespielt hat hat was verpasst und ob ich da hat das verpasst und sollte vielleicht ein let's play von irgendein angucken ist das jetzt denn ernst alter ich kann nicht mal aussteigen was ist das hier auch ernsthaft meine fresse spiel spiel laden machen wir mal spiel laden das hier automatische speichern auch was ist nicht das jetzt hier bitte ich will nicht zu weit zurück laden hier. Alter, meine Fresse. Ja, guck mal. Dumm. Oh, da könnte ich schon wieder... Der Wagen ist deckfest. Ach, erzähl. Warum lenken der Scheitfeld auch da automatisch hin? Fick dich doch. Na gut. Was wollte ich sagen? Sollte sich Let's Play anschauen oder bei PS Now ist Red Dead Edition auch drin, ne? So, ich reite jetzt so, das ist mir zu blöd. Bevor es mit seiner Scheiß-Fick-Kutsche wieder stecken bleibt hier. Ähm, ja. Ja, klar. Entweder selber spielen oder von irgendein Let's Player angucken. Ich kann vorschlagen, also wenn ich Let's Player vorschlagen könnte, der das jetzt gespielt hat, wo ich weiß, dass der das hochgeladen hat. Ich weiß gar nicht, ob Gronkh das gemacht hat. Aber auf jeden Fall habe ich das zuletzt bei den Tobi-Nator. Falls ihr... Ihr müsst die eigentlich kennen. Zumindest Leute, die Gronkh gucken und Tobi-Scu kennen, sollten Tobi-Nator auch kennen. Und der hat, äh, bevor... Red Dead Edition 2 rauskam. Also bis zum letzten Tag, äh, bis zum Tag, wo Red Dead Edition 2 rauskam, hat er noch mal Red Dead Edition als Let's Play hochgeladen, ne? Kann man vorbeischauen. Äh, die, die den ersten Tag nicht kennen, können gerne vorbeischauen. Nur blöd, dass ich das jetzt auch so... Aber eigentlich egal. Eigentlich spielt das ja vor Red Dead Edition. Wenn man zu will, ist es eigentlich auch wurscht. Oh, guck, ich hab das Pferd vorne das nicht hingekriegt. Mann, was ich schon, äh, wie ich sehe? Ich kann mich nicht, äh, wie ich das nicht verlese, aber ich kann nicht finden, wie ich auch in der Räume rauskomme. Ich glaube, das ist ein Dreh-Nator. Ich weiß, dass ich es nicht mehr verstehe, weil ich es nicht mehr verstehe. Ich bin sicher, dass ich mich nicht mehr verstehe, dass ich nicht mehr verstehe. Ich bin sicher, dass ich euch nicht mehr verstehe, dass ich euch nicht mehr verstehe. Ich habe das Hilfe von mir in der Halbzeit. Ich bin sehr stolz, dass ich nichts tun kann, so lange es ist ehrlich und es betrifft. Zeit ist schwer, Herr Ruhm. Milton. Jim Milton. Ja, meine Frau und ich. Und unser Junge. Wir wurden ein paar Tage vorhin, Glückwunsch zu gehen mit unseren Leben. Und jetzt... Na gut, wir brauchen Geld. Es gibt schlechte Leute da draußen. Ja, erzähl mir das. Hast du eine Wagen? Ja, sicher. Vielleicht kannst du ein paar Geräte auf die Pronghorn-Range für mich. Du weißt, nach West, Pasto und Geelo. Und dann folgt die Straße nach Norden. Ich weiß nicht, wo es ist, aber ich bin sicher, dass ich es finden kann. Ich kann jetzt gehen. Es ist ein guter Mann. Wo ist die Wagen? Es ist einfach außerhalb. Ich sollte sagen, meine Frau. Und dann kann ich zurückkommen. Okay. Begebt dich zur Arztpraxis. Ähm. Ja. Okay, damit soll ich wohl nicht zur Arztpraxis. Weil da kann ich aufsteigen. So, ich wohl zu Fuß. Na gut, das wäre auch schwach gewesen. Hossa! Aber kann ja nicht springen. John, Junge. Was ist denn los? Ja. Danke, Doktor. Hey! Wie geht's dir? Ich habe ein paar Arbeit. Ich bin auch. Ich versuche die Geräte nach ein paar Geräte. Ich versuche die Geräte. Ich versuche es. Es ist, John. Es ist. Es ist. Es ist. Es ist der Weg. Ich versuche dich auf das. Und was sagst du jetzt? Ich bleibe hier. Ich versuche mit dem Arbeit. Du versuche sie die Geräte und dann holst mich. Okay. Und John. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Nicht vergessen. Nicht immer. Nicht immer. Ich will dich. Ich will dich. Kehre zu deinem Wagen zurück. Ja, das mache ich. Aber dann kommt und ich leute sie auf. Oh ja. Ich konnte ihn nicht weg. Wenn die ihn nicht in Beladen benommen. Äh. Mussten. Hopp. Finkall, ab. Hier. Komm. Auf. Ich nehme dich. Wir sind auch gewonnen. Bei mir. Schau. 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 Okay. Gucken wir uns hier für schwierige Zeiten noch vorstehen mit John Marston. Hallo? Ah, das klingt nicht gut. Hm. Okay. Bam. 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 Aber so ein bisschen steckt mir jetzt immer noch so ein bisschen drin, dass Arthur nicht mehr ist. Ich hab mich so sehr an den Charakter gewöhnt zu spielen. Aber man wusste ja, dass er stirbt seitdem er beim Arzt halt war. Mich würde interessieren, was aus Sadie Adler und so wurde. Und Charles, der nachher bei den Indianern blieb. Hm. Was ist da, ihr Crewden? Hm. Das ist was da, ihr Kerlden. Hm. So, hier bin ich dann wohl richtig. Warum klatsche ich noch eine? So, hier bin ich von der Karte in Strawberry. Okay. Das ist ziemlich ein Ort. Ja, es ist schön. Sie senden alles? Ja, ich glaube so. So, Partner, dein Boss? Sie suchen die Hand? Warum? Sie suchen die Arbeit? Ja. Meine Freundin ist in der Arbeit mit ihrer Familie, und so ist es, es ist eine lange Geschichte. Ja, ich weiß nicht. Mariette Hand. Das ist eine Menge Probleme. Ich bin ein guter Arbeiter. Und warum ist Agatha? Auch unser Junge, Lancelot. Wir sind alle. Großartig, Junge? Geh weg von hier. Nein. Das ist nicht sehr nahe. Und die Gefängnis uns ist nahe. Hey. Mind, wenn ich eine dieser Apfel? Put das auf. Delicious. Das ist doch wohl welcher Stress. Das ist doch wohl welcher Stress. Was. Die klingeln auf die Fresse. Das gibt's Bissen. Natürlich keine Waffe, ne? Du kriegst auf die Fresse, du Wichse! Oh! Und den Hut, ne? Den nehm ich jetzt. Ich wollte dich nicht schlagen, Fett. Hat den einer mal richtig auf die Fresse gegeben. Fotze, die klaut er hier einfach. Und sein Hutgag ist auch mühe. Okay, nix. Bei uns bestiehlt, äh, bestiehlt, bestiehlt. Den bestiehlt ich. Näh. So ne Fotze. Oh, ich hab neun Hut. Moment. Danke. Milton, ist das nicht? Die Mädchen sind aus Laramie. Arbeit für Mr. Able. Danke. Nicht zu sagen. Hör, ich hab keine Charity oder nichts, aber ich war sehr. Hast du Arbeit? Wir arbeiten. Ich kann alles tun. Wir haben... Wir haben ein paar Tage zurückgezogen. Wir haben keine Charity. Wir haben keine Charity. Du bist eine Charity. Wir arbeiten besser als einer von ihnen. Ich bin wirklich ehrlich. Und meine Frau... ...wann sie hat viele Gedanken. Sie wird funktionieren. Sie wird funktionieren. Wie ist das Problem? Kein Problem, Herr. Außer von meinem Bruder. Er hat uns geholfen und sie von ihrer Beziehung. Wir sind gute Leute. Wir arbeiten. Wir arbeiten. Wir bleiben. Wir bleiben. Was ist ein bisschen eine Schein? Eine andere Gierbeizung? Es ist... Bitte geben sie eine Chance. Ich kann mich selbst gut. Sie wissen das schon. Ja... Das macht mich wundern, wer würde dich schützen. Aber wir geben uns eine Chance. Ich werde Mr. Geddes wissen, wie er und seine Frau zurückkommen. Danke, Herr Dickens. Ich bin zu ihm. Nein, nein, du bleibst hier. Es ist sehr früh. Wir gehen sie in Strawberry. Wir bringen sie hier morgen. Ich brauche dich um, insofern mehr die Larambee-Boys kommen. Es gibt ein kleines Kabin in der Nähe von Ranch House. Wenn alles funktioniert, könnt ihr da bleiben. Danke. Ich will das nicht vergleichen. Ja, wir werden dich selbst siedelt. Ich werde dich für dich morgen, wenn Mr. Geddes kommt. Okay. Epilog Teil 1. Warum habe ich schon wieder diese scheiß Mitte auf? Siehst du ja aus wie Plötze. Wo ist Rachel? Du bist auch ein schönes Pferd. Du bist es mal gestriegelt. Guck mal, ich krieg's noch was Feines. Das schmeckt dir, ne? Ah, ich will mich umziehen. Oh ne Scheiß. Witzeln will ich nicht. Wo ist denn hier mein... Kann ich mich nicht umziehen? Doch hier, ne? Hier kann ich mich rasieren. Okay. Okay. Ach ja, okay. Alles einstecken. Warum nicht? Ach, da ist die Kiste. Okay. Okay. Okay, anscheinend soll ich mich nicht umziehen, weil ich würde mich vorher rasieren. Rasieren. Öl. Gesamter Part. So, sieht schön, es wird besser aus. Nee, das ist nicht John. Ähm, war hier noch was? Ah, wie schön das. Okay, nichts dickes. Gut, alles klar. Dann werde ich mal meine Arbeit machen. Was geht? Liebe Welt. Und alle, die sie bevölkern. Ah, ist ja gleich da vorne. Aber, um mir so viel Weg zu sparen, reite ich dort hin. Bin da. Das ist verdammt. Hallo. Hm. Ich bin ehrlich, du hast dein Geist. Ich versuchte dir das. Ich versuchte dir das. Ich bin ein Familie. Ich bin ein Glück. Und du besser workest du am besten. Guten Tag, Herr Präsident. Herr Präsident. Du hörst das, John, Jim? Extra hard. John, Jim? Hey, komm hier. Herr Dickens? Wir holen, Jim Milton, hier, etwas zu machen. Und sicher, dass er extra hard arbeitet. Sicher, Herr Dickens? Huh. Okay. Okay. Ich glaube, es ist es. Gibt es, wenn wir sie besuchen? Nicht überhaupt. Hey, ist es wahr, was sie gesagt haben, wenn du hier bist? Dass du... ran aus diesen Hired Gunn? Schau, können wir, äh... nicht diskutieren wir das vor meiner Frau? Oh, nein, sicher. Ja, natürlich, Herr. Ich will einen Warrior. Oh, ja, ich weiß. Das ist Milton. Jim Milton? Und wie gut du bist. Dieser Kind-Mann hat uns genommen. Danke, Herr. Ich glaube, dass wir hier gut sind. Es ist Arbeit. Das Ort ist... Es ist gut. Aber ich höre, dass du deinen Karrieren begann hast, indem du deinen Weg nach vorne gehst. Wirklich wahr, Jim. Was soll ich tun? Das Ort war in der Nähe. So, du sahst alle, die du verloren hast? Wirklich gut. Ich hatte keine Wahl. Ich muss gehen. Jack, wenn du hier fertig bist, komm mal raus und lindern. Hm. Hier ist er ein bisschen angepisst. Ich bin ein bisschen angepisst. Ich bin ein bisschen angepisst. Komm mal. Ich bin es. Du? 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 Klar, warum nicht, Mann? Bisschen frische Milch? Tut dagegen gut. Du? Du? Achso. Ahso. Wie geht es noch gar nicht rein? Okay. Wer steigt? ich weiß ja du ich nicht du ich du 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 Okay. Okay, das ist hier die Kuh, die ich melken soll. So, das ist ja einfach. Okay, almost got a pail for Hat Kingfix, nächst time eh Links und rechts links und rechts und folgt die IMAG Ich weiß, was er gesagt hat. Wir machen es, nicht wahr, Junge? Hier wird die Mistgabel auf. Nun? Aha, hier. Guck mal. Aufstechen die Scheiße hier. Ganze Kugge. Freulich, ne? Das ist Scheiße. Hä? Aufgaben nicht, Scheiße. Rein damit mit dem Scheiß. Guck mal, hier liegt auch noch ein dicker, fetter Fickschladen. Ich kann hier aufheben, ne? Guck mal, jetzt kommt eine letzte Flan. Dann sind wir auch durch. Wo sind die? Ah, hier. Guck mal. Bitte schön. Ah, hier ist noch eine. Ich bringe die Mistgabel zurück. Hä? Ach so. Ah, wer gibt es im Haus für Abigail? Ah, okay. Okay. Mit Abigail sprechen. Aua. Das wird auch leid. Das wird auch leid. Fert. Okay. Okay. Ab rauf hier. Hey. Hey. Where's Jack? Shuttling shit? Pursuing a better life you want? Same as I've been? Won't do him no harm. Ah, none. I guess maybe we can last here. Survive. Do a little better than survive for months. I'm tired of fleeing, John. So. Where are you now? Me too. Huh? I'll put some coffee on. I'll put some coffee on. Ehm. Hä? Hier sind noch ein paar Aufgaben. Hallo? Gut, nein. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Wo muss ich überhaupt hin? Ehm. Ehm. Tom Diggins. Und hier. David Geddes. Wir gehen auf zu Tom Diggins, weil der blinkt auf. Hier sind ja immer noch, Uma. Woah. Er ist wichtig. 간만下來 für den Lied. Ich bin noch ein paar guier. Aber das ist mein Name. Und das ist dein Name. Das ist mein Name. Ich bin noch einmal.